Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Menor Lords. Ja, ich hatte doch keine Zeit einen Stream zu machen. Darum kommt aber jetzt noch eine Folge. Und ja, was machen wir heute? Heute hatte ich auch gesagt, ich möchte hier die Landwirtschaft erweitern. Hier ist auch noch ein Hof herangebauen. Im Endeffekt ein Seil wie dieser. Vielleicht müssen wir Speicher nicht mehr bauen. Aber den Rest möchte ich auch so auch hier herangebauen. Dann natürlich hier noch etwas weiterbauen. Und hier möchte ich jetzt einfach mal schauen, dass die hier fertig bauen. Und dann auch. Jetzt haben wir Rohstoffe. Äh, Steine haben wir das eigentlich auch. Steine, ich habe nicht so viel. Wir müssen fast auf Landwirtschaft gehen. Wenn wir exportieren wollen. Ja. Spielen wir einfach noch etwas. Oder natürlich Holz. Das ist schon sehr hoch, aber ich arbeite auch nicht so schnell. Obwohl, ich lasse das mal laufen und baule jetzt von hierher. Also hier hinten auch noch eine Strasse baule. Wo man hier vom Hof oder von hierher durchsuchen kann. Und da hätte ich mal gesagt, baule ich den Hof hier irgendwie. Das Gebäude. Das Gebäude. Ich hätte wohl. Das Gebäude. Ich hätte wohl. Das Gebäude. Ja. Butter. Das Gebäude. Nein. Wir schauen es nicht schön aus. Am gescheitesten ist es hier so. Jetzt hat er gesagt, dass wir den Platzieren. Und den ... ... wo wird die Strasse bauen? Ich möchte den Baum hier stehen. Oder ich mache etwas anderes. Wenn ich hier ... ... mache ich die Strasse gleich hier oben. Oder ... ... ich möchte ... ... ja ... ... ich baue jetzt einfach mal ... ... so ... ... gut ... ... und dann ... ... ich baue hier noch gerade ... ... den Stahl her. ... ... ... ... dann kommen so, wenn es kein Baum zerrt werden. ... dann ... ... ... ... da sind eben sonst noch ... ... ... hier ... 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 Die werden nicht fertig machen, oder was? Wird kurz und geerntet. Ich muss diesen auf dem Monat raus und den hier zuteilen. Gut, jetzt haben wir 30. Dann kaufe ich... Hier noch einen. Hör mal, mit den Brettern macht man schon gut Geld. Hier Handel. Länder. Import. Hätte ich auch gesagt, 3. Das sind... 60. Nein, 2. Neu. Gut, 5 Mal wieder nicht. Nein. Gut, das ist nicht gerade bei uns, das ist das gleiche. Gut. Also... Was haben wir noch? Neue Leute sollten hierher kommen. Schau da. Ich bin noch gar nicht fertig. Bekleidung. Ja... Wie sind die alles noch? Ah ja, natürlich Bekleidung. Ich weiss nicht, der nächste kommt hier bei der Gerbereinstelle. Die mögen dann mit der Ernte. Ich weiss nicht, ob die das schaffen werden. Ich hoffe es jetzt einfach. Sonst ist es eine Scheisse. Aber nochmal... Geht da mal recht etwas. Und da haben wir halt viel. Brennholz haben wir auch viel. Ich schaue jetzt mal, ob wir noch etwas verkaufen können. Da glaube ich auch nichts. Brot geben wir natürlich gerade viel Geld. Und natürlich ein bisschen Brat verkaufen. Es soll... 70 Euro gewesen. Machen 40 plus. Heute... Es wird nicht verkaufen. Nein, auch nicht. Ich mache ein bisschen Handeln, ja. Und da kommt ein bisschen Geld rein. Und da... Neue Leute wollen nicht dazu ziehen. So... Er sieht abgeschlossen aus. Jetzt nehmen wir hier wieder jemanden raus. Ja... Dann bekommen die... Einen zugewiesen. Die habe ich ja schon. Ja... Dann müssen wir hier mal Fruchtfolge einrichten. Dann... Dann machen wir hier auch noch gerade Weizen. Dann... Dann lassen wir die hier Brache. Dann mache ich das Weizen. Hier mache ich auch mal Gersten. Hier kommt gerade mal Flachs. Hier ein anderes Mal Weizen. Reizen. Äh... So... Irgendwie... Probiere ich das möglichst abzuwechseln, abzuwechseln. Dass wir immer etwas verschiedentliche Sachen haben, und es bringt ja nichts, wenn wir in einem Jahr viel Weizen haben und in diesem Jahr gar nichts. Oh nein, das bringt nichts. Hier ist die Brache. Hier machen wir erst etwas Weizen. Hier kommt Flachs. So. Gut. Gehen wir jetzt? Ist, glaube ich, gar nicht einmal so schlecht. Dann nehmen wir noch nichts. Aber ich glaube, damit kann man arbeiten. So, der wird auch gebraucht. So, der wird auch gebraucht. Die haben ja auch einen Pflug. So. So. Gelt kommt jetzt auch etwas hinein. Ja. So. So. Hier wird fleissig gebraucht. So. Hier nehme ich jetzt noch einen. Ich nehme den Feld zu viel. Und du den Gerbereit müssen wir jetzt einfach mal betreiben. Sonst werden wir hier das durchschliessig gefüllt. So, ich mache ihn jetzt so und nehme den hier Horti. Hier in der Höhle. Hier in der Höhle. Hier in der Höhle. Und hier. Hier konnte ich gar nicht erkennen. Hier. Hier brauche ich noch Leute. Hier bei der Schaferei. Einen einstellen. So. Dann sollte ein Schaf gekauft werden. Ja. Ja, eins ist gekauft. Ich werde das bis zwei gekauft werden. Oder. Dann kommt noch eins. Vielleicht die Frage ist, was ich in dieser Röhre will. Oder in dieser Röhre. Ja. Ja, das sehen wir da auch vor zum Grad. Ja. 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 Ja, das ist der Käs. Drei. Sehr schön. Gut. Jetzt. Entnehmen wir den hier. Dann. Dann stelle ihn wieder hier ein. Wenn die nächste Familie kommt, muss sie dann auch hier dran. Hier bräuchte ich auch schon fast wieder einen. Dann... Gut. Den fangen wir vielleicht jetzt mal ein. Warte mal, was ist das? Die haben alle Relativfläche. Okay. Die haben noch geboten. Dann machen wir hier mal Hühner und hier mal Gemüse. So. Was wollen die noch zu fressen? Was wollen die noch? Dann machen wir ein Haus, das wir können. So. So. Das Haus hier. Hier hätte ich wohl auch einen Apfelgarten machen. Es hat so schön viele Fläche. Und hier die Chancen sind jetzt alle hier drin. Drei. Eins. Ja. Zumindest mehr im Sommer. Wir werden ja sofort kommen. So, jetzt... 74 Tage Ich glaube 20 Tage bevor sie kommen Da sehen wir eigentlich alles Ich glaube wir machen für uns eine Sperre Kämpfer Miliz Wir wollen hier sperren Aber Zusätzlich würde ich noch Irgendeine dazunehmen Das ist mir zwar egal, weil es etwas kostet Aber wir haben ja auch schon private Spielstände angespielt Da ist mir nicht nochmals passiert Dass das ganze Dorf ist runtergebrannt Und ja, da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf Also Also Sonst habe ich noch alle Bedürfnisse erfüllt Also Vorräte Kein Problem Bauholz Ich glaube Ich spiele jetzt noch etwas So Jetzt kommt schon Geld rein So So Und dann haben wir jetzt wieder eine Familie Dann wollen wir hier noch arbeiten Und das nächste Was ich bauen ist glaube ich An den Heimern Nein Dann stelle die Familie nicht hier unten an So So Und hier oben Bei der Schalttüre Und Steine sind jetzt glaube ich gerade relativ wichtig Nämlich Dass wir hier eine Burg bauen können So Ich habe ja glaube ich gesagt Hier möchte ich sie Nein Hier oben Nein, das macht keinen Sinn Hier würde ich Ja Nein Nein, nicht unbedingt Ich baue es einfach mal hier Sonst können wir sie immer noch verschieben Also Ich bin jetzt hier am abbauen Ich bin jetzt hier Wann wo ist der kommt jetzt So So, jetzt mal warten. Also Vorräte haben wir noch schön. Äh, Geld haben wir auch etwas. Jetzt möchte ich einfach mal die Burg bauen. Das ist halt relativ teuer. Ja, ich baue einfach mal. Aber das kann auch mal nebenbei passieren. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Und ich versetze. Ich mache das. Ich mache jetzt eine Strasse. Und dann nehme ich das. Ich muss mal hier oben hören. Und das. Und dann abreissen. Gut. Uh, jetzt sind gerade aber viel gekommen. Dann können wir hier eine. Das ist ja fast Luxus. Die machen das. Marik, das ist alles gut. Hier brauche ich mich gut kennen. Das ist auch gut. Hier. Das läuft auch. Ich brauche noch einen rein. Bringend. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wenn wir genug haben. Oder. Nein. Das haben wir auch genug. Daher kommen wir. Da. Sind sie eigentlich mal zufrieden? Ja. Das ist ja alles zu fressen. Ja. Wir haben ja Beere, Brat, Eier, Fleisch. Hier. Hier kommen wir. So. Ich glaube, ich tue jetzt mal so viel wie möglich. Oder auch Wohnräumer weiter. Die sind noch nicht ganz zufrieden. Und auch mal Wohnräumer weiter. Und hier auch. So. So. Und dann. Lassen wir noch etwas laufen. Jetzt hier noch etwas bauen. Das hier weiß ich auch noch nicht mal. Was das ist oder soll. Oder die Tutu machen. Die ist aber nicht ganz fertig im Ball. Das hat vielleicht auch nicht gerade alles auf einmal abgeräht. Ja. Die nächste Eier wird einfach nicht verkaufen. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht verkaufen. Das rendiert gut. Ja. Aber jetzt spüle ich in Ordnung. 20 Tage. Und dann. Die werden wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Der Kampf. Das ist, glaube ich, alles gerade gut. Da kommt da mal immer ein bisschen Geld rein. Das ist gut. Da oben wäre... Hier habe ich das Hitze. Das braucht natürlich auch viel Material. Die Kille braucht auch viel. Wir produzieren den Rättern. Dann müssen wir hier auch einen zuweisen. Für das müssen wir jetzt auch mal über einen kaufen. Wir haben immer noch gut Geld. Es sind jetzt noch 23 Tage, bis der Krieg ausbricht. Glauben ich, ob es noch seltener gibt, gerade gute. Seltener. Ich glaube, es wäre für das hier. Aber es ist nur für den. Die Werte Die Werte auch wahrscheinlich von hier kommen. Ja. Die sind schon gar nicht mehr rum. Sie sind wahrscheinlich schon losgelaufen. Oder von hier. Oder Sie können von beiden. Ja. Ja. Dann warten wir halt noch, bis hier wieder einer kommt. So. So. Ja. Jetzt sind es noch 20 Tage. Und hier wird er auch noch zuweisen. So. Genau. Jetzt wird auch ein Schaf geholt. Hier ist jetzt noch etwas. Und eins. Ja. Ja. Wohlen haben wir eigentlich noch nichts, glaube ich. Nein. Ja. Ja, aber die Mehl haben wir auch viele. Die sollen da kommen. Oder kann ich auch gar nicht. Wir müssen die Mehl 3 machen. Der Flach ist in die Gärter. Oh, nein. Das bauen wir glaube ich jetzt noch gerade. Ähm. Ähm. Die Eberrei. Das kann ja gar nicht verarbeitet werden. So. So. Gut. Der. Ja. Er hat jetzt auch mal gesehen, wer es das schon wieder gesehen von der Folge. Nein. Jetzt muss ich da. Nein. Das mache ich nicht. Gut. Ja. Er hat gesehen, wer es das gesehen von der Folge. Im nächsten Folge wird man... Bläh. Da habe ich noch Deutsch. In der nächsten Folge schauen, ob das jetzt alles runterbrannt wird. Und ja. Ich hätte gesagt, dass ich es runterbrannt werde. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.